Jo Leute, was geht ab? Ich wünsche euch wieder auf meinem Kanal. Heute mache ich neu diese Woche Winterfest Aufträge. Teil 2 oder Woche 2 und zwar 1 Sekunde Leute, bis dieser Auftrag sich reset hat. Jetzt füge Spielern innerhalb von 10 Sekunden Schaden zu, nachdem du einen riesigen Schneeball verlassen hast. 250 Schaden, 16.000 XP Leute und das machen wir mal und ich erkläre euch, wie das Ganze funktioniert. Dazu gehen wir einfach auf der Karte hier, wo, also im Schneegebiet, egal wo, also wo ihr möchtet. Ja Leute, ich bin hier im Schneegebiet einfach irgendwo landen. So, ihr fragt euch, wie macht man einen Schneeball? Also ihr geht einfach hier, wo Schnee gibt, dann pickst ihr einfach den Boden, dann entsteht ein Schneeball. Ihr könnt den Schneeball richtig groß machen oder ihr könnt dann einfach aufhören zu pickaxen. So, hier ist ein Schneeball, ich muss mich jetzt drin verstecken und wenn ich verlasse, ab jetzt sehen die 10 Sekunden und innerhalb von, also wenn ihr den Schneeball verlassen habt, innerhalb von 10 Sekunden müsst ihr versuchen Gegner 250 Schaden zuzufügen. Also, also wenn ihr verlassen habt, ihr müsst nicht direkt 250 Schaden, sondern ihr könnt mehrere Schneebälle machen. So, verlassen und dann hier zum Beispiel das Gegner und dann einfach den Gegner einfach Schaden zufügen. Und ja Leute, so funktioniert auf jeden Fall der Auftrag. Einfach hier so ein Schneeball bauen, dann steht da verstecken, versteckt euch, drückt die gleiche Taste raus und dann einfach Gegner Schaden zufügen. Insgesamt 10,50 Schaden, da habt ihr den Auftrag auch abgeschlossen. Und ja Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, abonniert gerne meinen Kanal, lasst ein Glock, die sich kein Video verpasst. Da würde ich euch sagen, war schon mit dem Video und ciao, hat rein bis zum nächsten Mal Leute. Tschüss, tschüss.